Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 123schiffsreisen.com. Heute geht es um die Frage, was kostet eine Kreuzfahrt mit der AIDA oder der AIDA-Flotte in die Karibik. Ja, wenn Sie diesen Punkt beantworten möchten, kann ich Ihnen nur jetzt nachfolgend einen oder einen der Links empfehlen. Das wäre auf der Seite von IHOY wirklich eine tolle Kreuzfahrtseite, auf der Sie solche Reisen wirklich problemlos und richtig toll aussuchen können. Wenn Sie auf den unten genannten Link klicken, gelangen Sie hier auf diese Seite von IHOY und hier können Sie einfach dann einstellen. Sie sehen hier früheste Hinreise, späteste Rückreise, je nachdem wann Sie das möchten. Sie können hier die Reisedauer beliebig angeben. Das Fahrgebiet wäre in dem Fall Karibik. Sie können auch östliche, südliche oder westliche Karibik angeben. Die Räderei wäre in dem Fall AIDA Cruises und das Schiff wäre dann natürlich beliebig, weil eben jetzt hier ja um die ganze Räderei geht. Hier können Sie noch auswählen Angebote mit Flug oder ohne Flug. Wobei hier meine Empfehlung ist, suchen Sie ruhig mal Angebote ohne Flug, denn die Flüge kann man in der Regel viel günstiger auch auf anderen Portalen dazu buchen. Und insofern kann man hier schon bei der Buchung eigentlich Geld sparen. Ja, und wenn Sie das so eingegeben haben, dann klicken Sie auf Angebot finden. Und je nachdem, wie schnell Ihr Angebot ist, finden Sie hier dann die passenden Reisen. Und ja, hier ist dann eben nach Ihrem Reisewunsch oder die Reisezeit wird hier immer die Reise angegeben. Hier jetzt zum Beispiel 23 Tage ab New York oder 15 Tage oder 47 Tage von Venedig aus. Das ist natürlich nur etwas für die etwas größeren Geldbeutel und für die Leute, die wirklich auch Zeit haben. Ja, 15 Tage, 15 Tage, 14. Es gibt dann auch noch kürzere Reisen. Also klicken Sie sich hier einfach durch. Sie können das hier nochmal besser aussuchen oder einteilen. Und dann finden Sie die passende Reise innerhalb der Reise. Wenn Sie hier dann auf das Kreuzfahrtangebot klicken, wird Ihnen dann immer das jeweilige Schiff beschrieben. Und ja, die Route oder die Karte wird Ihnen angezeigt. Also welche Route Sie dann laufen. Und hier zu den einzelnen Stationen werden auch noch an Informationen ausgegeben. Ja, und unterhalb können Sie dann einfach zu dem passenden Termin, das wäre jetzt der 31.10. bis 22.11., je nachdem, wann Sie jetzt halt Zeit haben, müssten Sie das, oder wenn es ein fixer Termin wäre, müssten Sie den bei der Suchhalte eingeben. Und hier können Sie dann eben sich schon die passenden Kabinen aussuchen und nachschauen, ob denn was denn frei wäre und welche Möglichkeiten es denn gäbe. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Vorbereitung und bei der Auswahl Ihrer Reise. Und ja, viel Spaß natürlich bei der Reise. Gute Erholung und bis dann, Ihr 123schiffsreisen.com.